Ich bin hier gefangen. Tag für Tag aufs Neue. In diesem Büro mit meinem allergrößten Erzfeind. Es gab vier Beschwerden diese Woche. Vier. Das hier ist ein Punkt. Und wenn man einen Punkt in einen Satz... Nehmen Sie dieses Donutloch aus meinem Gesicht oder ich schiebe Sie! Ihr zwei seid das Schlimmste an meinem Job. Wir werden einen Managing Director einstellen, der alle Abteilungen beaufsichtigt. Der Job gehört mir, Shortcake. Wenn Sie den Job kriegen, bin ich weg. Andersrum wäre es genauso. Ach, dieses Vergnügen kann ich Ihnen leider nicht bereiten. Das haben bestimmt schon viele Frauen von Ihnen gehört. Seid ihr zwei irgendwie... Läuft da was? Nein. Ich hasse ihn. Von ganzem Herzen. Dieser verdammte Mistkerl. Wow, so schick. Was ist denn der Anlass? Psychologische Kriegsführung. Ich wüsste gern, wie es ist, wenn man seine animalische Anziehungskraft als Waffe benutzt. Ich hatte letzte Nacht einen komischen Traum. Ich lag im Bett. Ich hatte nichts an. Ich hab eine Theorie. Was machen wir hier? Dieses Spiel, das wir jeden Tag spielen. Jemanden zu hassen ist ein verstörend ähnliches Gefühl, wie sich in jemanden zu verlieben. Wir kämpfen beide um denselben Job. Wir können einander nicht vertrauen. Ich mein's ernst. Das schwöre ich dir. Ich hab doch gesagt, sie macht ein Rückzieher, sobald sie meint, sie hätte sie an der Leine. Ich brauch keine Hilfe, um sie zu schlagen. Du würdest alles tun, nur um zu gewinnen. Was immer das ist, ich hab keine Lust mehr drauf. Lucy, als sie Josh das erste Mal sahen, was dachten sie? Er wirkte kalt und unglaublich verklemmt. Ich dachte, was ist das nur für eine Arschkriecherin? Es war Hass auf den ersten Blick. Ich hupte welche.